Das ist knallharte Butter-Action, damit haben sie gar nicht gerechnet. Jo, halli, hallo liebe Roboter-Freunde, ich bin's, der Tenshi. Und ich bin's, der Angelo. Und ich bin's, der Robbix. Ja, diesmal haben wir wieder Sauerkraut gemacht. Jawoll! Alter, der Flippipup, der Flippipup hat sich zwar gemeldet, aber er war ja schon mal dran. Dementsprechend habe ich den zweiten genommen. Und das war halt der Robbix. Robbix? Spricht man das Robbix? Robinix? Ne. Ja, Robbix. Okay, okay, okay. Habe ich mir auch nicht viel drunter gedacht. Und wie ich es letztens schon gesagt habe, ich habe jetzt übrigens noch zwei Heilgans dran gemacht, einfach nur, weil ich's kann. Und wie ich es letztens schon gesagt habe, möchte ich ja gerne mit dem Angelo ein bisschen chaotischer fahren, mal ein bisschen woanders langfahren. Da, wo mehr Action ist, wo wir wahrscheinlich aber ganz schnell kaputt gehen werden. Das kann passieren. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt, wir machen uns jetzt in das Match gleich rein. Wir sind hoffentlich noch im Platoon und dann geht's auch schon los. Okay, wir sind auf der Schneemap. Das ist deine Lieblingsmap, ne? Robbix. Robbix? Gerade durch, gerade durch. Folgt mir, folgt mir bis in den Tod. Los, los, los. Ja, 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 scheiße Anschluss. Dräng mich nicht so, du überförderst mich. Sturm sie front, los. Ja, ich komm ja. So, Robin ist hinter, ne? Robin, Robin, da. Robin ist hinter mir. Ich heil euch alle, kein Problem. Habt ihr ne Flashbang mit, wie bei Counter-Strike? Warte rein, dann sehen sie nichts mehr. Ja, wasch, wasch. Ich muss echt auch mal irgendwie so Eco-Shooter-mäßig was spielen, ey. So krass. Die meisten Leute glauben ja wahrscheinlich, ähm, also meine Abonnenten, dass ich ja jetzt nur so Factorio und sowas spiele, wo ich so aufbauen kann und so. Nein. Ja, gar nichts. Oh. Ich spiel auch sehr gerne, sehr gerne so Eco-Shooter-Spiele. Anschluss, du bist viel zu weit vorne, ich kann dich nicht heilen, man. Guck mal, wo ich bin. Ich bin gerade in der Mitte, Mann. In der Mitte bin ich gerade mal, Anschluss. Du bist, du bist verrückt, du bist tot, ey. Anschluss. Ich hab's doch gesagt, wir wollen ein bisschen anders fahren, aber nicht so, dass wir nicht uns helfen können. Anschluss, ein bisschen logisch denken musst du schon, Mann. Du bist doch Vulkanier. Jetzt bleib doch mal stehen. Wie soll ich dich heilen jetzt? Bin ich gar nicht. Ja, pass auf. Ja, ja, ich fahr hier ein Stück hoch. Dann bin ich... Äh, nein, ich rutsche, ich rutsche, ich rutsche. Nein. Und tschüss, Anschluss. Oh ja, hier ist gut, hier ist gut. Lass mich nicht erlauben. Robin, Robin hält die auf für uns. Dann hängt die ab. So, uns eins fahren wir nämlich durch. Alter, Robin hat das gut ausgewichen. Oh, die heppt schon bei uns. Bist du auch noch? Bist du verrückt? Bist du das Wahnsinn? Ja, Anschluss, das steuert. Deswegen ist das so kratzig wahrscheinlich. Ähm, ja, die Caption bei uns. Äh, ja, ich fahr mal so hoch. Ja, das schaffen wir, glaub ich, eh nicht mehr. Also... Ab 90, fahr wir da los. Ich glaub, das war's. Das haben wir schon wieder verloren. Außer wir fahren jetzt durch die Mitte. Komm, Anschluss, wir versuchen's. Wir versuchen's. Aber von da aus kann man ja leider nicht rüberschießen, ne? Ja, ich helf meine Kollegen, obwohl die brauchen keine Hilfe. Die haben einen eigenen Heiler. Jetzt bräuchte man Beine, womit man hochklettern könnte und rüberschießen könnte. Ja gut, beim Schießen, das stimmt. Verdammt. Du hast es doch mir wieder schmackhaft gemacht, die Beine. Oh, da schießt jemand zurück, das ist gut. Oh, jetzt bin ich grad... Du schaffst es, Angelo. Ey, mir fehlen die Raketen. Die hab ich letztens schon erwähnt, dass die mir die zwei Raketen fehlen. Die mach ich später wieder dran. Oh nein, Robin! Oh mein Gott. Ich komme, Robin! Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Ja, geht doch. Niemals aufgeben, ne? Ja. Ich muss jetzt irgendwie da rüber. Und never surrender. Gerade ausfahren. Oder rüber, runterspringen. Du bist verrückt. Oh, scheiße, scheiße. Oh nein, schieß doch bitte irgendjemand auf die Gegner. Nein, wir verlieren, wir verlieren. Doch, einer hat's gemacht, einer hat's gemacht. Oh, wir haben gewonnen. Oh, sehr schön. Wir haben gecaptured einfach. Oh. Da war jemand am hacken. Ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab gar nicht gesehen, dass er da rumgehackt hat. Wow, 6000 RP, das ist ja mal gar nichts. Ja gut, ich werd, glaub ich, jetzt wieder mal meine Waffen draufpappen. Weil immer nur heilen ist. 6000 hab ich auch gekriegt. Obwohl, komm, mach mal noch schnell eine Heilung. Oder jetzt lang? Mitte, oder? Mitte. Also, ja, Mitte sind wir ja noch nie lang gefahren. Aber wir haben gewonnen, ne? Das ist krass. Wir haben das Match gewonnen. Obwohl der... Ah, ich wollte doch die Düsen dran machen. Ach, ich hab mich wieder vergessen, dran zu basteln. Gibt's ja gar nicht. Schiebe ich mal meine Ranzen vor. Ja, Anjo, ja. So viel dazu. Ja, Typ aufgetaucht. Jetzt kannst du mich einholen wenigstens. Das ist doch gut. Ei! Alter, was war das denn? Okay, Anjo, du schaffst es. Komm, komm, überhol mich. Ich geheile dir. Ich geheile dir. Komm. Los. Schneller. Gib dir schon Gas. Gib dir schon Gas. Es nervt, wenn man hinter jemandem fährt, der Beine hat. Wenn der so langsame ist. Siehst du? Beine sind scheiße. Der Robin will das noch nicht wahrhaben. Der Robin will das noch nicht wahrhaben, dass die Beine kacke sind. Aber ich muss jeden... Ich denke, die sind voll cool. Ich muss jeden meine Meinung aufzwängen. Weil Beine sind kacke. Erstmal sind kacke. Wegans sind kacke. Oh. Wo kam jetzt der Laser? Ich weiß nicht, dass da jemand unter der Erde ist. Oh, irgendein Wegans hat mich ganz gut erwischt gerade. Oder war es der Alten? Ja, unter der Erde ist da jemand, oder? Weiß ich gar nicht. Also der ist ein Typ direkt unter mir. Ich bin gerade mit Anjo durchgefahren. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt mitcaptchern soll. Ey, Anjo, wir wollten einen anderen Weg fahren, um mehr Action zu haben und sowas. Um was passiert. Pure Action. Ja, ich... Da, ein Gegner. Ein Veganer. Dammit. Nicht auf den Heiler. Ach, der hat irgendwie ein Rad weggeschossen. Kann das sein? Kann wir nicht mehr richtig fahren? Los, knallt ab, das Ding. Anjo, du brauchst Heilung. Ich sehe es doch. Aua. Aber was beballert mich? Ach, da sind noch andere Gegner. So, steck mich hier ein bisschen weiter hinten. So. Oh, der hat nur 41%. Oh, ich wollte ihn gerade heilen. Oh, Mann. So, ich hoffe, die greifen mich nicht an. So, ich hoffe, jemand hält auch das Caption auf bei uns, weil die Caption bei uns nämlich. Die halten uns auf. Oh, Mann. Ich rupp die jetzt weg da vorne. Ja, rupp sie weg. Ich bin direkt hinter dir. Ich versuch's zumindest. Na, jetzt nicht mehr. Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Na, ich komm nicht ran. Mann, du bist wieder mal so schnell. Oh, mein Gott. Ja, und dann drehst du dich, weil du keine Räder mehr hast, weil ich dich nicht heilen konnte. Ach, jetzt aber. Wie geil, schnell kann man denn die Beine abschießen? Ja. Ist egal, aber weiterschießen. Darum geht's nämlich. Die kann man sau schnell abballern. Und die gewinnen jetzt trotzdem, weil die ja einfach bei uns Caption. Wir haben trotzdem verloren, obwohl wir gute Arbeit geleistet haben. Abgesehen von dem Typen, den ich nicht heilen konnte, weil ich einfach nicht aufgeachtet habe. Alter, bist du gierig, ey, ne? Heil mich, heil mich. Nein, ich würde euch... Ja, ja, ja. Sind die anderen so schlecht? Wir sind gut, die anderen sind nur so schlecht. Ist doch so, wir waren als erstes am Gegnerplatz, wir haben als erstes einen abgeschossen, was machen die anderen? Naja, man muss aber auch da ein bisschen beachten, dass wir auch selbst beobachten müssen, wie die Situation ist und dementsprechend reagieren. Wenn wir aber... War das super! Ja, so in der Art. 333 Punkte. So, Entschuldigung, klatsch mal Waffen dran. Auch wenn ich weiß, dass du dann leider sterben wirst. Yay! Sterben! Schnell meine TR10er rausholen, jetzt geht's ab hier. Sag's doch, für die Blöcke. Für die Blöcke. Was ist auf unserer Fahne? Ein Block. Was ist auf der Fahne der Feinde? Ein zerstörter Block. Verstehe ich nicht. Ja, verstehst auch nix. Ja. Fein. Deswegen ist auf deiner Fahne auch nichts drauf. Deswegen ist sie einfach nur weiß. Du gibst zu schnell auf. Ich finde das so sinnlos. Ich muss die 10er tatsächlich drehen, Anshol, damit ich die 9er dran machen kann. Das gibt's doch gar nicht. Fensys Flagge ist weiß mit dem roten Kreuz drauf. Wo ist? Achso, wegen Heiler. Der Heiler. Okay, wo steht er? So. Okay, ich bin fertig. Da schreibt jemand Tenji, aber ich bin weg. Ich bin weg. Ich hab's voll verpennt, als man Premium kriegen konnte, kostenlos. Ich hab's gesehen, dass alles voll mit Premium war und ich hab mich gewundert, warum wir voll mit Premium sind. Du warst also immer einer der zwei, die kein Premium hatten. Und unsere APs niedrig gehalten haben. Echt mal, ey. Wegen euch haben wir weniger AP bebracht, ey. Das gibt Rache. Mit der Mitte wird's ja durch. Ja, wir fahren jetzt ganz unkonventionelle Mittelwege. Wo ist denn jetzt Robin? Bin ich blind? Ich bin noch gar nicht gespawnt. Oh shit. Aber wir müssen schon losfahren. Wir müssen... Wir müssen alles niedergemäht haben. Wenn wir niedergemäht wurden. Ich hab extra Düsen dran gemacht. Ich bin direkt hinter euch. Oh, den ersten hab ich schon mal angeschossen. Sieben und acht Prozent hat er bloß noch. Und da stehen auch bestimmt schon gleich die nächsten in der Mitte rum. Nein, tun sie nicht. So, du darfst nichts wegbomben. So, den haben wir gut erwischt. Ich fahr jetzt hier trotzdem durch die Mitte. Jetzt kaffiert mir der Mist. Sehr schön. Oh. Ja, der denkt ja, kann von Weitem alles bombardieren. Einfach durch die Mitte. Und da hocken sie alle. Gucken, ob wir noch mehr hocken. Da hockt auch noch einer. Die campen alle an der Base. Die wussten, dass wir durch die Mitte fahren wollen. Okay, der nächste ist tot. Und wir capturen. Das ist noch ein Veganer. Uh, uh, uh. Der hat einen Haufen Wegans. Aber der schießt die alle vorbei. Der hat die alle... Ich fahr hin. Der hat die alle vorbeigeballert, der Typ. Und wir haben einen fetten Heiler hinter uns. Geil, geil. Leider ist Robin, ist Robin, konnte nicht mitfahren, weil wir halt eher gestartet sind als er. Und was für eine Action hier. Das ist knallharte Baller-Action. Damit haben sie gar nicht gerechnet. Ja, ich hab noch den Bomber vom Himmel geschossen. Aber das Gute ist... Da oben ist noch einer. Bäm, in your face. Scheiße. Das Gute ist ja, dass die Leute, also unsere Leute mitgezogen sind. Dass sie nicht hinten gestiegen blieben sind. Der Heiler ist mitgekommen. Hat mich ab und zu sehr oft geheilt. Sehr oft, wenn ich mir das so anschaue. Alter, Falter. Alter, was hier abgeht. Alter, nein! Der hat mich weggeplasmariert. Oh. Soll ich mir holen? Oh, Mann. Das lief so gut. Und dann plasmariert er mich einfach weg. Weil der Heiler da nämlich alle möglichen heilt. Das schafft er einfach nicht. Mich hat er gewonnen. Ja, gut. Mit Tier 5. War es fast schon zu erwarten. Ah, schade. Aber es lief echt gut an. Ich hätte das gedacht. Durch durch die Mitte fahren. Einfach durchgeprescht. Sag ich doch. Das erwarten die nicht. Das hat keiner erwartet gerade. So verrückt ist keiner. Wir sind noch nicht mal losgefahren. So krass war das. Wir standen noch auf der Base-Raum, die Leute. Aber die sind mitgezogen, unsere Leute. Das war das Wichtige. Wenn wir alleine vorgefahren wären zu zweit. Oder von mir aus auch zu dritt mit Robin. Dann wäre man der Dreck, auf dem wir gefahren sind. So ungefähr, ja. Ich stecke so wenig Punkte. Krass. Ich habe 7600 bekommen. Und du, Anschluss, wie hast du bekommen? 15.000. Ey, ich habe 2400 CPU destroyed, ja. Zwei Kills, vier Assists, zwei Scouts und ein Base-Capture. Und ich kriege bloß 7600. Liegt das daran, dass ich... Ich bin doch Tier 8. Ist gestorben. Ach, ich bin ja gestorben. Das ist das recht viel, was du bekommen hast. Mist, ey. Das nächste Mal... Ich habe schon 150 gekriegt. Das nächste Mal sterbe ich nicht. Das zieht dort die Hälfte weg. Also hättest du irgendwas mit 14.000 und noch was gehabt. Das nächste Mal sterbe ich aber nicht. Der Moor. Oh, bei Nacht. Ich habe übrigens ewig nach diesem Block gesucht, weil dir hinten eine Noob-Mobil steht. Ich habe ewig nach dem gesucht, bis ich herausgefunden habe, ob ich für den echten Scouts bezahlen muss. Ja, Mist, ne. Ich habe aber in das Spiel tatsächlich noch kein Geld reingesteckt. Klingt ein bisschen blöd, wenn man bedenkt, wie viele Stunden ich eigentlich schon gespielt habe. Eigentlich sollte ich da mal Geld reinstecken. Wollte lang? Ja, Mitte über die Brücke. Da sind wir noch nie drüber gefahren, so richtig. Ja. Da gab es auch so einen Promocode mal für das Schild. Ach so. Alles, was wir haben, ist Promocode. Wir geben kein Geld da rein. Ja, das sollte ich aber echt mal machen. Ich habe noch nie für ein Spiel Geld ausgegeben. Außer halt für das Spiel. Ja, aber ich glaube, die haben es verdient, auch wenn es übelstig rumbackt. Haben sie es doch trotzdem ein bisschen verdient. So, jetzt haben sie uns natürlich markiert, ne. Jetzt gibt es unseren Kragen. Ja, noch ein Plasma-Bomber in der Luft. Und oh Gott, Angelo. Oh Mann, du musst trotzdem in Deckung bleiben, Angelo. Hier ist gut, hier ist gut. Ich versuche zurückzufahren. Entschuldigung. Na, die haben da einen Heiler stehen. Oh, Angelo, du bist geschmolzen. Oh mein Gott, Angelo ist geschmolzen. Hilfe, es ist zu warm, es ist viel zu warm. Los, Robin, beschützt mich. Der wird doch noch geheilt. Das ist kacke. Ich mach, was ich tue. Der wird nicht geheilt da oben. Ja, mal gesehen. Und wenn man jetzt auf meine Sicht sieht, da sieht man jetzt einen, einen Typen mit Beinchen, der einmal umgefallen ist. Der konnte jetzt nicht helfen, weil er Beine dran hatte. Es ist ziemlich schwer für mich, da zu verteidigen. Alter, die machen mich fertig. Nein. Ah gut, war vielleicht okay ein Schlupf. Vielleicht sollte man nicht nur vorfahren, sondern auch gucken, dass wir es schaffen irgendwie. Hätten vielleicht da nicht mit Deckung bleiben fahren müssen. Ach, da sehen die anderen mehr Kämpfe. Da müssen wir es ja packen. Oh nein, das war so schlecht. Ich fand es annehmbar. Annehmbar. Auf durch die Mitte. Ich hoffe, Robin wird diesmal besser geladen sein, aber ich glaube nicht. Die Map ist, glaube ich, etwas größer. Robin, wo bist du? Wir fahren los. Die Hälfte vom Balken ist jetzt durchgefahren. Oh mein Gott, ich bin aber auch ziemlich weit hinten, muss ich sagen. Ich bin halt recht weit hinten gestartet, aber ich versuche dich einzuholen, Olekna. Ich komm, ich komm. Achso, ich wollte eigentlich, die Grafik würde ich eigentlich vom Spiel mal hochschrauben, denn die haben ja irgendwann mal die Engine ein bisschen abgeändert. Also nicht die Engine an sich, sondern irgendwie ein bisschen optimiert, nehme ich mal an. Und es läuft tatsächlich in höchster Qualitätsstufe eigentlich. Müsste ich eigentlich aufnehmen können. Wollte ich eigentlich mal testen. Mache ich mal in der nächsten Schlacht. Man kann an der Grafik rumschrauben. Ja, man kann die nur leider bloß sagen, gut, schlecht, schlechter. Die hängen irgendwie alle da oben rechts an. Du musst echt aufpassen, wenn du jetzt drauf fährst. Die hocken alle da oben drauf, nehme ich mal an, hinter uns. Ich bin noch nicht mal angekommen. Oh mein Gott, das ist ein Heiler. Fertig kann man nicht sagen. Oh nein, Re-Gunner. Viele Re-Gunner. Ich töte gerade den Heiler. Zumindest versuche ich es. Wer hat einen Anstuhl wahrscheinlich gerade stirbt. Ich werde gerade geheilt. Verschießt die hier da? Ja, die heilen mich. Oh nee. Gegner überall. Ja, Bomber tötet die Bomber. Alter, was für eine krasse Action. Ja, Entschuldigung, Robin. Was sollst du sagen? Ich glaube, ich habe dir gerade den Kühl gestillt. Ach, mir klaut niemand Kills. Alter, die hocken alle da oben. Fuck. Die hocken alle da oben. Das sind ja tausende. Scheiße, ich fühle mich wie ein Ameisenhaufen. Oh Gott. Oh shit, die haben mich erkannt. Scheiße. Scheiße. Ich bin der Erste, der gestorben. Nein, Anschluss. Wir werden alle sterben. Ich versuche noch so viel Damage rauszuhauen, wie ich kann. Oh Mann. Du musst den Tod umarmen. Jetzt kommt der Rest von uns. Der Rest von uns kommt eingefahren. Schnell, ich muss um die Ecke fahren. Ja, die sehe mich nicht mehr. Dann werde ich jetzt versuchen hier. Die sind aber ganz schön lange aufgehalten hier hinten. Aber die schießen die ganze Zeit auf uns zu heilen und alles. Das ist nicht schön. Jetzt ist es wieder geheilt. Da oben ist noch ein... Okay, einer... Oh, shit, eine Wehegun. Alter, ich töte die gar nicht. Was ist denn los? Habe ich überhaupt einen Kill bekommen? Ich habe noch nicht einen Kill bekommen. Aber hey, das lief gut. Das lief gut. Ich habe noch eine Waffe. Da kann man sehen, wie viele Kill's man hat. Äh, links. Links oben. In der Liste. Da ist nur eine Zahl vor deinem Namen. Ach, stimmt, ja. Oh shit, hast du noch eine Wehegun? Ey, wie viel gibt es denn noch hier an dem Team? Das Problem ist, ich bin so kaputt. Die könnten mich one-hitten. Ja, du hast noch keinen geklaut. Ne, leider. Es sind bloß noch zwei. Der eine ist da und der andere war da. Bist ein schlechter Noob. Ich weiß. Ne. Da ist er wieder. Oh, oh, oh. Alter. Genau in dem Moment, wo ich den mal anschießen kann, kommt mir so eine Heiler und schießt seinen Heilstrahl genau in mein Gesicht. Aber hey, wir haben gewonnen. Außer Anschluss vielleicht und Robin. Die sind gestorben. Ach. Haben wir apart. Ich habe gewonnen. Nur diesmal habe ich leider nicht so viel Damage gemacht wie beim letzten Mal. 14.000. Yeah. 14.000. Wir sind auf dem Eisemap. Wo willst du lang, Anschluss? Durch die Mitte? Ich würde mal jetzt hier links oben lang fahren. Okay, okay. Da stehe ich gut. Wo ist der Robin? Der ist noch nicht geladen. Ich will erstmal in die Arena ran. Ne. Oh. Wir fahren links hoch, ne? Also, wenn du dann gespornt bist, siehst du das dann. Anschluss, ich bin so schnell wie du. Vielleicht sogar ein Tick schneller. Ich bin auf einer Borger gelandet. Ich habe, ich habe, vier Stück habe ich. Aber dafür billigere als deine, glaube ich. Ich habe Tierachter drauf, glaube ich. Ah, Mann, das war so berechenbar. Statt er fliegt, muss er natürlich so tief fliegen, dass er mich rammt. Der kann doch auch hochfliegen. Oh, Mann. Ich fahre unten lang. Denk ich fahre unten lang. Engine, wollen wir mal versuchen zu machen, dass ich ein ganz flaches Fahrzeug baue und du stellst dich mit einem Block an. Das ist ein Troll. Das ist ein Troll. Siehst du? Das geht leider nicht. Ja. Ne, die Engine. Die Engine ist so kacke. Dann eiert man irgendwie rum, glaube ich. Oh, die haben mich... Oh, da ist noch einer. Ein Flyer. Das ist ein, kein Troll, aber ist ein Bomber. Ich glaube, wir können bald wieder zurückfahren. Weil wenn die Gegner hier nicht überall sind, dann sind sie bei uns durch den Tunnel gefahren. Oh Gott. Boah. Oh. Alter, ich treffe hier gar nichts. Was ist hier los? So, haben wir denn eigentlich noch Heiler? Hatten wir nicht irgendwie einen Heiler mit dem Team? Wahrscheinlich gibt es jetzt wieder keinen. Oh, der hockt ja da oben drauf. Ich schieße die immer alle irgendwie ein bisschen an, aber das war es auch schon. Komm, Flak. Ich bin eine Flak. Okay. Der war mir... Der war mir eigentlich... Eigentlich war der mir egal. Aber ich habe einfach noch ein bisschen geschossen. Oh man, ich weiß gar nicht, wie ich hier reden soll. Bei so viel Action. Yeah. Einfach durchgeprescht. Ja. Das schaffen wir. Die sind anscheinend... Oh, da ist ein Railgunner oben. Ich habe noch markiert. Ah, ich sehe nichts. Ich treffe auch nichts. Anjo, du machst das schon. Ich schieße dann auf den da. Okay. Dann fange ich mal an zu Caption. Nein, die Caption bei uns. Zu klein. Der ist zu klein. Die Caption bei uns. Schieß mal jemand ab. Die Caption bei uns. Ist doch egal, ob der zu klein ist. Ja, ich kam nicht mehr raus. Der hat mich da... Der hat dich festgehalten. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, wir haben verloren. Oder? Nein, wir sind glaube ich mehr. Kommt alle Caption. Weil zurückfahren, das schafft ihr doch eh nicht. nicht mehr. Was machen die denn da? Ich versuche ja noch... Kommt, Caption. Kommt, Caption alle. Wir müssen schneller Caption als die. Anjo versucht es. Anjo versucht es noch aufzuhalten. Vielleicht schafft er es ja. Kommt, Capt. Brumm, brumm. Kommt doch mal, Mann. Der kann doch bestimmt laufen mit seinen 90 Prozent, ey. Kommt. Wir schafften es. Kommt. Ist der WK-Klang. Ja. Das schaffst du nicht, Anjo. Haben wir verloren. Obwohl, wir sind... Wir sind jetzt schneller. Wir sind schneller. Wir sind schneller. Nein. Nein. Wo kommt denn der her? Wo kommt denn der auf einmal her, der Typ? Das gibt's doch gar nicht. Oh, nee. Oh, wo kam denn der jetzt her? Oh, ich krieg die Krise. Ah, wo ich ihn getroffen habe. Oh, Mann. Oh, wo kam denn der auf einmal her? Oh, Mann. Fast. Oh. Knapp. Nein. Ich habe gerade gesehen, ich habe drauf geschossen und getroffen. Das ging aber schnell diesmal. Ach, nein. 2.000 Punkte. 5.700, aber diesmal hängt er beim, bei dem, wo sich das zusammenschiebt, das Bild, hängt er diesmal bei mir. 6.900. Hm. Mars-Battle machen wir jetzt. Mars-Battle. Oh. Alter, wo fahren wir denn lang? Ich bin, ich bin genau hinter dir. Nja, das ist aber echt krass. Wie actionlastig die Kämpfe auf einmal werden, wenn man direkt drinnen steht, ne? In dem Feuer. Ich bin direkt hinter dir, Ansteller. Ich bin direkt hinter dir. Ich halte noch lange durch, finde ich so. So, mal gucken, ob da aber wieder irgendwo ein Bomber aufsteigt auf einmal. Ne, anscheinend nicht. Ich kann aber auch nichts spotten hier. Alter, 77. 70 Prozent. Sechs. Oh, irgendwas mit 60. 50. 40 Prozent. Alter, bloß noch die arme Sau. Oh. Habe ich auch nochmal gut erwischt. Okay, okay. Ich feuer mit drauf. Ich feuer mit drauf. Kommt irgendwas von rechts, kam jetzt irgendwie ein Plasmatschüsse, aber egal. Ach du Scheiße, wo kommt ihr die auf einmal? Oh Gott, wir sind ja noch auf dem Gegner. Wieder mal. Aber ich glaube nicht, dass der Heiler da so heilen kann. Ich schieße trotzdem mal auf den Heiler jetzt hier. Oh shit, ich glaube, ich werde hier übelst beflackt. Ey, shit. Unser Zeiler ist angetroffen. Neun. Oh, oh. Ah. Die er dämliche Heiler. Die er dämliche Heiler. Der hat nicht mehr viel. Der hat nicht mehr viel. Und ich kann nicht mehr abhauen. Unser Zeiler ist, glaube ich, tot. Oh, wir hätten gleich auf den Heiler wahrscheinlich. Verdammt. Gemeinsam auf den Heiler ballern müssen. Ob die mich sehen? Ich glaube nicht. Ja, es ist schade, dass Robin halt immer so spät dann reinjoinen muss. Weil sein Rechner nicht so schnell ist. Nehme ich mal an. Ich glaube, die vergessen mich. Ja, stimmt. Oder die ignorieren dich einfach mal. Nein, jetzt haben sie mich. Ah, wegfahren, wegfahren. Guckt mal, wie langsam die waren. Die waren doch nicht mal von ihrer Base weg. Vielleicht hätte man ein bisschen warten sollen. Ich glaube, eine Schlacht können wir noch versuchen, Anjo. Dann warten wir ein bisschen und dann fahren wir durch. Anjo. Wir warten, bis die sich ein bisschen verteilt haben. Ist du tot? Die Verzögerungstaktik? Ja, ich bin... Anjo is no more. Ja, Anjo. Weißt schon. Die Counter-Strike-Verzögerungstaktik. Wir warten einfach und dann fahren wir los. Wir müssen durch die Mitte. Aber müssen wir echt aufpassen. Weil hier ist eine Verteilung ziemlich schlecht für uns. Wir haben jetzt Verzögerungstaktik. Aber wir machen es immer trotzdem. Sagen wir mal... 30 Sekunden, würde ich denken. Das heißt also 7. 7 fahren wir los. Ich fahre mich immer schon mal hier an die Startlinie. So ein bisschen. So. Oh nein, der trollt mich doch jetzt nicht etwa. Ah. Oh nein, der Affe trollt mich. So. Und wir haben gleich 7. Wir haben gleich 7. Okay, dann können wir jetzt eigentlich losfahren. Oh, da kommen wir schon welche durch die Mitte. Okay. Die Zeit ist gekommen. Let's washing durch die Mitte. Zeit zurückzuschlagen. Ja. 7 Uhr wird zurückgeschossen. Ach komm. Alter. Die haben niemanden getroffen außer mich. Das ist gut. Lass mal. Die trauen sich ja nicht um die Ecke, die Gegner. Das sind halt so Fernkämpfer. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen markieren hier. So. Mach tot Anschlug. So ist gut. So ist brav. Der konnte wohl nicht schießen, hä? Der konnte wohl nicht schießen. Nein. Das ist ja bloß ein Heiler. Das ist ja bloß ein Heiler. Geil. Perfekt. Heiler bringt extra Punkte. Ja, naja. Wenn du einen Heiler killst, killst du halt quasi zwei Leute noch mit. Rein theoretisch. Aber. So. Wir sind tatsächlich durchgekommen. Rückfahren. Wir sind ja durchgekommen. Wir sind schon durch. Wir sind schon durch, oder? Ja. Wir haben es ja geschafft mit der Waschtaktik da durchzukommen. Also fahren wir jetzt wieder zurück. Wir sind bestimmt... Ah, da drüben hocken sie doch. Ja, irgendein Typ auf Beine. Oh, hier ist ein Regan. Hat mich gerade getroffen. Ja, ich habe ihn ja auch gerade gesehen. Ich konnte nur nicht markieren. Wow. Ah, die Caption. Wir Caption. Wir Caption. Noch ein Wundenwege, Garner. Oh, ein Heiler. Noch ein Heiler. Ja. Nein, das ist der Skorpion, der sich abschiebt. Oh, da ist ein Gegner. Oh, da fahren wir ein Stück zurück. Da ist ja noch ein Heiler. Dieser Skorpion, den man sich kaufen kann, der ist da. Oh, das ist doch... Ach, der Skorpion ist nicht so toll. Mach ihn tot, mach ihn tot. Er hat keine Waffen mehr. Hab ja, hab ich schon den Schwanz. Sehr schön. Ich hole mir den Heiler. Jetzt drehe ich mich wahrscheinlich stundenlang im Kreis. Aber der Heiler ist tot. Oh. Er ist tot. Ich versuche, von hinten zu kommen an den Skorpion. Ja, ja. Komm, 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 komm. Vor hoch, vor hoch, vor hoch. Schuss. Ja, hier, da. Bam, bam, von hinten. Ha, ha, ha. Ist das nicht auch gleich mal liegen? Alter Falter. Der kriegt Damage. Der kriegt Damage. Fress. Fress. Nein, jemand anderes hat den gekriegt. Oder hab ich ihn bekommen? Fress, kalten Laser. Ja, ich heiße ja friss, ne? Und nicht fress. Naja, egal. Er hat gerade auf mich geschossen. Ich hab's gesehen. Ich hab nur Explosionen gesehen bei dir. Wir müssen Robin beschützen. Ah, Victory. Jetzt düse ich mal richtig krass übers Eis. Yeah, man ist doch richtig schnell, ne? Mit den Düsen. Jetzt verstehe ich das. Die fahren ja gerne mal da lang. Wenn du Düsen hast, kannst du eigentlich richtig schnell über das Eis süßen. Dann bist du ganz schnell drüben. Müssen wir das nächste Mal machen. Müssen wir das nächste Mal machen bei so einer Map anschauen. Fahr mal übers Eis richtig schnell zum Gegner noch rüber. Dann überraschen wir die. Ja. Jetzt warte ich noch schnell das Ergebnis ab. Und dann war's das auch schon wieder. Alter. 10.000, ja. Mein Ergebnis, da steht ja, wie viele Kills man gemacht hat, da steht 2.0. 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000. CBU, destroyed. 3.000 CBU, destroyed. Wie viel Schaden machst du denn? Neun RP hab ich gekriegt. Hab ich noch nie gekriegt. Äh. 3.000 CBU, destroyed, drei Kills, vier Assists, drei Scouts. Perfekt. So muss das sein. 16.000 bekommen. Schön. Gefällt mich. Gut. Was ich cool fände, wäre, wenn man mal Autos machen kann, wo mehrere Typen drin Platz haben. Also wo man dann sagen kann, einer steuert die Kanone, einer steuert das Fahrzeug. Ja, das ist schon... Ja, das war ja schon immer geil, so eine Sachen. So eine Koop-Sachen sind immer cool gewesen, aber machen nicht so viele Leute. Ja, gut dann, liebe Freunde, würde ich sagen, wo ist mein Radar? Mein Radar ist weg. Da war noch mal einer dran. Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, ich war der Tenji. Ich war der Angelo. Ich war der Robin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi!